willkommen bei caesar let's play ein tutorial wie ihr eine wie ihr die hater stimme nach macht ja die hater stimme ist natürlich gemeint schreibe ich einfach mal die hater stimme hallo leute ich meine loser ihr kennt ja bestimmt den realen heiter wie ihr hört ich habe seine stimme gefunden ich schreibe den link in die leiste unten ja den link so ihr geht jetzt auf den link hier den schreibe ich dann auch in die kommentare so da seid ihr auf dieser homepage jetzt geht er hier auf reiner german und jetzt hier schreibt er jetzt zum beispiel sie sagt letztendlich ist kuhler alles hier hoffentlich das wird und ich werde das kohle aber nicht mehr ja da kommt so was hier los ja und heißt aber öffnen mit windows verheiratet jetzt kommt das sie ist halt ist cooler als ihr nobs richtig kuhler ja und könnt ihr auch alles rein schreiben was ihr wollt zum beispiel leute damit wissen ich nehme jetzt einfach name als name 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 du bist voll scheiße wie der andere name ihr kennt auch bestimmt die außenseiter die haben diese stimme auch verwendet nicht es ist m und um so muha ha 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 k k ich weiß nicht wie der nicht geschrien wird Ich bin dämlich, dumm und dämlich. So, glaube ich. Ah, hört mal. Werden wir es sehen. Ich bin dämlich, dumm und dämlich. So ist, glaube ich, richtig. Und so. Ich bin dämlich, dumm und dämlich. Ich bin dämlich, dumm und dämlich. Muhahaha. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch Spaß bereitet. Ja, und das war es jetzt auch wieder vom Cesar Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.